Armin, Ihr war das erste Training im Hinblick auf die neue Saison im Reis-Hockey League? Ja, es war wie jedes Jahr ein eigenartiges Gefühl, wieder auf dem Eis zu sein. Wir haben es aber auch ganz gemütlich umgehen gelassen. Wir waren ohne Tränen auf dem Eis. Wir haben selber die neue Ausrüstung probiert und orientiert, was wir wollen, um langsam wieder ein gefühlliches Eis und viel Druck zu bekommen. Und es ist insgesamt ganz gut lang. Jetzt, Frank Holle, beginnt ein neues Abenteuer in einer neuen Liga. Was denkst du über die Eis-Hockey League? Ja, es ist sicher eine Liga mit einem hohen Niveau. Es ist eine riesige Herausforderung für jeden Spieler, was da dabei ist. Wir haben ganz viele neue Spieler, Spieler von überall auf der Welt her. Und ich glaube, alle, die da dabei sind, fällt sicher auf die Herausforderung und sind auch motiviert, ihren Beitrag zu leisten, um den Erfolg der Mannschaft beizutragen. Stichwort Spieler. Es ist ziemlich eine neue Mannschaft. Was weißt du über diese neue Mannschaft und was denkst du über sie? Ich glaube, zu einem muss ich zu guter Letzten alles auf den Eis. Ich glaube, auf dem Papier kann man schon sagen, dass das eine konkurrenzfähige Mannschaft sein wird. Der, der kämpferisch sicher top sein wird und der, der gutes Hockey zu haben kann. Für die Ziele ist es vielleicht noch ein bisschen früher. Was sind andere Ziele aber? Ich glaube, wenn man in der Liga mit dem Modus spielt, dann muss es das erste Ziel einmal sein, mindestens in den Pre-Play-Off-Sinnen zu kämpfen. Und ich glaube, das ist auch das logische Ziel, was sich da für ein neuer Verein in der Liga, wie der Brunneck, sich setzen muss. Für dich persönlich ist es ja auch eine große Herausforderung. Du hast eine Familie, du hast einen Beruf, du hast ein Eishockey. Wie bringst du das alles unter den Hut? Ja, ich habe mir viele Gedanken gemacht, weil bei mir von vornherein klar war, dass wenn ich dabei bin, in der neuen Liga, dann will ich hundertprozentig dabei sein und dann will ich auch meinen Beitrag bringen und meine Leistung bringen. Ich habe viele überlegt, ich habe mich gut organisiert und ich bin jetzt voll motiviert, bei der Beide zu sein und zu tun, was ich kann. Noch eine letzte Frage zum neuen Stadion. Welches wirft dir sehr viel über Stress im nächsten Auftritt im neuen Stadion entgegen? Ja, das ist sicher ein Moment, bei dem, was der ganze Verein und das ganze Umfeld auch, die ganze Stadt und das ganze Toll, nach dem, was die alle hinfiebern, wird sicher ein ganz spezielles Gefühl und befreien uns alle drauf. Und mit jedem Tag, was wir da jetzt in einem Stadion trainieren, steigt die Vorfreude, bis endlich nachher in einem Stadion los geht. Oshins des Fl babies organisationen. Wir haben einen großen Freude auf bereichert, Hey, wir haben Compた, und unter販halten zu werden.